Yo Klaus, was geht ab? Du hast aus Österreich dieses XXL-Paket verschickt und anscheinend nicht gut aufgepasst, weil es wurde von DHL nachverpackt, wie es aussieht. Ich hoffe, alle Spiele sind noch drin und die Konsolen funktionieren noch. Wir fangen mal direkt mit einem großen Dicken an. Und zwar NES European Version. Und nicht vergilt, es quietscht nicht mal so wirklich krass. Kein Bonus-Game drin, aber ein sehr guter Zustand. Dann haben wir ein paar super Nintendo-Spiele. Da fange ich direkt mal mit dem Banger an, und zwar Aladdin von Capcom. Ansonsten Kirby, auch sehr gut. Und natürlich das Dschungelbuch. Uh, eine Switch Lite. In der besten Farbe, die es gibt. Die Switch Lite, bin ich ganz ehrlich, wenn ihr was kaufen wollt, nehmt die normale Switch. Könnte aber sein, wenn jetzt bald die nächste Nintendo-Konsole kommt, dass die noch mal wesentlich billiger wird, und dann ist die richtig schnell. Noch eine super Nintendo hat sich hier versteckt. Noch mal Kirby, sehr gut. Und Ardi Lightfoot. Du hast echt ein paar witzige Titel dabei. Kommen wir mal die Konsolen raus. Eine verstaubte PS4. Dann haben wir noch eine Xbox 360. Hoffentlich nicht mit Red Ring of Death. Und wir haben sogar noch ein DSi. In weiß, das ist natürlich so die Standardfarbe. Noch einer. DS Lite in so einem richtig knalligen, giffigen SpongeBob-Grün. Warte mal, hier sind ja noch ein paar Schätze versteckt. Ja, der Ur-Nintendo DS. Das war meiner, den ich hatte, aber da hast du ein bisschen Hunger gehabt und reingebissen. Guck mal, wir haben hier vier Custom-Controller noch. Einmal hier so Space, Blutarnung, Switch-Design. Und ein Windows-Mister-Hintergrundbild. Das ist doch ein Ankauf wie aus dem Bilderbuch. Richtig geile Konsolen, geile Controller, sogar Custom-Design und richtig freshe Games. Mann, dein Geld geht sofort raus. Da kannst du ja fünfmal von essen gehen. Und wenn auch du ein bisschen Knete abhaben willst, schick uns deine ganze Sammlung zu. Mach eine Riesenkiste fertig und schick sie uns zu. Und wie das geht, findest du auf den Link in der Bio. Und wie das geht, findest du auf den Link in der Bio.